Nach über vier Wochen Pause bringe ich auch auf diesem Kanal mal wieder ein neues Rebecca-Reusch-Video raus für euch und ihr könnt gerne mal unten Rebecca unten reinschreiben, wenn euch das Thema auch nach wie vor hier interessiert und ihr weitere Videos dazu auch haben wollt. Ich bleibe dran, ich habe es euch versprochen, aber ich würde gerne so ein bisschen auch ein Feedback von euch lesen, denn es gibt immer wieder Leute, die sehen das sehr kritisch. Ich habe das auf dem DaVinci Uncut-Kanal die letzten Wochen durchgezogen und dort Reactions zu Rebecca-Reusch-Videos gemacht, die auf anderen Kanälen released wurden und das war sehr erfolgreich bzw. kam sehr gut an. Und da habe ich auch immer gesagt, Mensch, wollt ihr weitere Videos haben? Dann haben es genug unten reingeschrieben in die Kommentare und ich habe auch dann gesehen, die Leute wollen das noch sehen bzw. die Leute, die das immer kritisch hinterfragen oder das doof finden, haben gesehen, okay, es gibt genug Leute, die wollen das weiterhin sehen, dann kann ich ja was anderes schauen. Und darauf warte ich hier auf diesem Kanal, denn ich muss sagen, ich habe mich die letzten Wochen hier schon fast gar nicht getraut, nochmal ein weiteres Video zu machen, denn es wurde zum einen sehr kritisch gesehen und manche haben auch gesagt, Mensch, das ist doch langsam mal genug, hör auf. Und ich frage euch, wie gesagt, schreibt das gerne unten rein, ich habe jetzt schon Angst, das dann wieder zu lesen, aber es würde mich auf jeden Fall freuen, wenn einige Rebecca unten reinschreiben, dass man sieht, okay, es gibt eine Nachfrage. Und ich fand das jetzt sehr interessant, nochmal ein Video drüber zu machen, habe auch einige Ideen immer noch in meinem Kopf und auf dem Zettel auch schon aufgeschrieben, was eigentlich in Zukunft noch kommen soll. Aber ich fand gerade diesen Zuschauerwunsch hier sehr interessant, denn der Zuschauer hat mir was zugeschickt, was zugegebenermaßen schon vier Jahre alt ist, aber sehr, sehr interessant ist. Es geht um ein ominöses Bild, was auf Sexportalen und Co. veröffentlicht wurde, wo selbst die Mutter von Rebecca Reusch, ja, und das ist hier ein Zitat, sich durchaus erschrocken hat und auch nicht hundertprozentig sicher war, ob das jetzt vielleicht sogar Rebecca gewesen sein könnte. Das Ganze wurde natürlich an die Polizei weitergegeben, man weiß jetzt nie so ganz, was daraus geworden ist, ja, es gibt dann leider keine Folgeartikel zu dem Ganzen, aber ich finde das trotzdem sehr interessant, denn es gab ja zuhauf Leute, die behauptet haben, ja, ich habe Rebecca Reusch 2019, 2020 in Polen gesehen. Und es gab immer wieder auch die Gerüchte von Zuschauern, die gesagt haben, Mensch, was ist denn, wenn sie verschleppt wurde oder wenn sie wirklich in diese, ja, fürchterliche Sexbranche gezogen wurde. Ja, es gibt ja auch immer wieder Männer, die gerade junge Frauen ködern im Internet und sie gefügig machen und dann dort in die Zwangsprostitution zwingen. Und das gibt es in der Realität und warum soll das nicht auch bei Rebecca Reusch passiert sein? Das ist eine Theorie, die zwar unrealistischer ist als andere, aber durchaus auch möglich scheint. Und wenn selbst eine Mutter von Rebecca sich bei dem Bild nicht so ganz sicher war, ich kann es euch jetzt hier nur zensiert zeigen, ja, weil RTL das auch zensiert veröffentlicht hat, beziehungsweise muss man ja auch die Person, wenn es wirklich auch eine andere Person als Rebecca ist, hier schützen. Ja, das hat mehrere Gründe, aber ich fand das sehr, sehr interessant und man kann zumindest erahnen, dass eine sehr krasse Ähnlichkeit zu Rebecca vorhanden war. Und man kann sich natürlich die Frage stellen, was könnte dahinter stecken? Und da gibt es auch wiederum mehrere Theorien, die wir hier einfach mal miteinander besprechen können. Und in diesem Artikel, beziehungsweise Video ist auch davon die Rede, dass es auch, und das habt ihr vielleicht auch schon selbst gesehen, öfters mal auf Portalen auch Leute gibt, die gar nicht wissen, dass sie auf diesen Portalen gelandet sind. Und wo einfach Instagram-Bilder geklaut werden, um auf Datingportalen oder Online-Plattformen oder generell auch Sexportalen dann Bilder geladen werden, die einfach von Instagram geklaut wurden. Und das ist dann für die Betroffenen sehr, sehr hart und sehr, sehr fürchterlich. Aber ich gebe hier mal euch auch das Ganze, was bei RTL 2, nee, RTL gepostet wurde, nicht RTL 2, hier in den Bildschirm rein. Und zeige euch das jetzt hier mal, blendet euch das ein, angebliches Foto von Rebecca auf diversen Online-Plattformen für Dating und Sex hochgeladen. Also das war wirklich 2020 ein heikles Thema. Und ich habe darüber jetzt kein aktuelles oder auch kein älteres Video auf YouTube gesehen. Ihr könnt mich gerne aufklären, aber dieses Foto ist für mich eine neue Sache. Und auch wenn es schon älter ist, kann man noch darüber sprechen. Also ich fand es sehr interessant, ihr könnt ja auch mal unten reinschreiben, ob ihr das trotzdem auch spannend fandet. Dann geht es hier weiter. Die junge Frau schaut in die Kamera und lächelt. In der rechten Hand hält sie ein Weinglas. Gut, sie wäre dann zu dem Zeitpunkt, das ist ja jetzt 2020 gewesen, dann schon 16 gewesen. Da kann man natürlich auch ein Weinchen trinken. Das kann man auch schon 14, 15-jährig machen. Aber wäre jetzt nicht komplett von der Hand zu weisen, dass auch 16-Jährige schon mal ein Weinchen trinken. Die Frage ist, würde sie so offen, wenn sie auch als vermisst gilt und gesucht wird, solche Bilder von sich teilen? Das ist halt die Frage. Das könnte auf jeden Fall dagegen sprechen. Dann gibt es auch genug Leute, die sagen, Mensch, es gibt sehr viele, die so ausschauen wie Rebecca. Das kann auch jede zweite blonde junge Frau sein. Aber nun gut, dann geht es hier weiter. Andreas Greuel und das RTF-Verifizierungsteam haben sich das Bild genauer angeschaut und versucht, das Foto mit anderen Fotos aus dem Internet abzugleichen. Das heißt, wir haben eine sogenannte Rückwärtssuche gemacht und haben geschaut, taucht das Foto noch irgendwo anders im Internet auf? Und wir sind dabei tatsächlich fündig geworden. Und jetzt wird spannend, roll weiter, am 31. März wurde dieses Foto auf diversen Online-Plattformen für Dating und Sex hochgeladen. Auf einem Profil dahinter von einer jungen Frau in Osnabrück. Es bleibe weiter unklar, ob es sich bei der jungen Frau tatsächlich um die vermisste Rebecca Reusch handelt. Ich denke, das können wir mittlerweile ausschließen. Dennoch könnte es sein, dass dieses Bild einfach geklaut wurde und dort einfach auf diversen Portalen geteilt wurde. Oder die Dame aus Osnabrück einfach Spaß gesucht hat, was ja auch vollkommen legitim ist und das wirklich auch eine reale Person dahinter gesteckt hat. Ich wage das zwar zu bezweifeln, aber auch das ist möglich. Dann geht es weiter. Es kommt nicht selten vor, dass Leute irgendwelche Inserate auf solchen Plattformen hochladen und sich vorher bei Instagram oder anderen sozialen Netzwerken irgendwelche Bilder bedienen. Und das glaube ich auch. Und die dann einfach dahinter legen, ohne dass diese Personen das wissen. Und ich glaube, das wird auch die Lösung des Problems sein oder dieser Theorie. Das möchte ich hier nochmal ganz klar auch mit einem Ausrufezeichen hier so benennen. Aber dennoch ist es spannend. Spezialisten der Gesichtserkennung überprüfen jetzt, ob das Mädchen aus dem Internet wirklich Rebecca sein kann. Und ja, die Mutter hat sich, wie gesagt, erschrocken und hat die Hoffnung auch nie aufgegeben und auch immer wieder in Interviews gesagt. Mensch, die lebt noch und da ist noch was. Und auch der Vater hat gesagt, Mensch, Rebecca, komm einfach zurück. Ich weiß, die Eltern werden mittlerweile auch immer kritischer gesehen und das ist auch vollkommen okay, wenn ihr da auch Dinge hinterfragt, wenn ihr euch damit beschäftigt und sagt, Mensch, irgendwie kommen mir die alle ziemlich komisch vor. Bis auf jetzt vielleicht noch die Vivian, die wir ausklammern können, aber gerade eine Jessica kam sehr schlecht weg und Florian sowieso. Aber für alle gilt die Unschuldvermutung und ich möchte einfach nicht glauben, dass die komplette Familie da irgendwie verstrickt ist. Das ist zumindest mein Wunsch und mein Gedanke. Und ich kann mir das irgendwie auch nicht vorstellen bei der Mutter und dem Vater und deswegen möchte ich die auch schützen und das hier auch nochmal ganz klar sagen. Was ihr dann in den Kommentaren macht, ist euer Bier, aber ich möchte ihr ganz klar sagen, dass ich wirklich vermute, dass die dort nicht involviert sind und das hoffe ich einfach. Ich glaube noch an gute Menschen. Aber ansonsten könnte ich mir das halt wie gesagt vorstellen, dass Florian dahinter steckt. Das ist auch die wahrscheinlichste Theorie. Ich werde immer wieder gefragt, was glaubst du jetzt persönlich? Die wahrscheinlichste Theorie ist, dass Rebecca Reusch das Haus nicht lebend verlassen hat. Danach geht ja auch die Polizei. Es gibt aber, finde ich, noch ein paar Prozente und Möglichkeiten, die dafür sprechen, dass sie das Haus verlassen hat und vielleicht sich getroffen hat, entführt wurde oder vielleicht weggelaufen ist. Also es gibt durchaus verschiedene Möglichkeiten und die sollte man auch immer wieder besprechen. Und eine dieser Theorien war ja auch immer, dass sie vielleicht wirklich noch lebt und einfach irgendwo ein Leben führt und das auch freiwillig vielleicht oder vielleicht auch nicht. Man weiß es nicht. Also das ist sehr, sehr schwierig aus der Ferne. Das jetzt erstmal zu diesem neuen Video und diesem kleinen Update als weiteres Rebecca Reusch Video. Ich bin gespannt, was ihr zu dem Thema sagt. Das soll es dann für heute hier gewesen sein. Bis dann und ciao, ciao.